Sehr schön, wie Smajic Friand hier freispielte. Lausanne war bemüht, das Resultat möglichst schnell wieder auszugleichen. Doch es blieb vor der Hand beim Versuch. Pucce aus der Distanz. Wieder Lausanne mit einer Stafette über Hottiger Rehn. Tür mit dem Ausgleich in der 36. Minute. Kocak Tür brachte Lausanne wieder ins Spiel. Ibe reagierte, Smajic mit einem Eckball. Längen in der 44. Minute die erneute und verdiente Ibe-Führung. Mit diesem Resultat ging es in die Pause und Ibe knüpfte gleich dort an, wo es aufgehört hatte Savu in der 52. Minute mit dem 3 zu 1. Selten zuvor hatte man Agent Savu so kaltblütig gesehen. Losans Spiel fiel in der Folge total in sich zusammen. Smajic, Savu, Studer, das 4 zu 1. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, war das Motto auf dem Wanktor. Herrlich die Vorarbeit von Admir Smajic, der bei jedem Ibe-Tor die Vorarbeit leistete. Doch Claude Reef hatte noch nicht genug und seine Spieler erhörten den Trainer und zauberten weiter. Smajic, Savu, 5 zu 1. So einfach geht's, wenn's einmal läuft. Schorsch Bregi konnte einem leid tun, sein Team schien das Spielen verlernt zu haben. Ibe hingegen trumpfte weiter auf mit Smajic, Kerli, Baumann. Alain Baumann, eigentlich nicht als Filigran-Techniker bekannt, vernaschte Lausans Hintermannschaft. 6 zu 1 nach 69 Minuten. Lausanne wirkte total lustlos, da änderte auch Chagel Dian 6 zu 2 nichts daran. Ganz anders die Berner, sie hatten noch immer nicht genug Friant in der 77. Minute mit dem Schlussresultat von 7 zu 2.